Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um die US-Metalband Nivian. Diese stammt aus Sacramento und die haben einen weltweiten Plattenvertrag bei Pure Steel Records unterschrieben. Die Band, die sich 2014 gründete, veröffentlichte ihr Debütalbum The Druid King 2017. Nun melden sie sich 2020 mit ihrem neuen Album mit dem Titel The Ruthless Divine zurück. Das Album wird bei Pure Steel Records erscheinen. Die Band kommentiert, seit der Veröffentlichung unseres Debütalbums mit dem Titel The Druid King im Jahr 2017 haben wir mehrere Tourneen unternommen, Debünen mit vielen unserer musikalischen Idole geteilt. Da unsere Fangemeinde weiterhin schnell wächst, wussten wir, dass wir ein größeres etabliertes Label für die Veröffentlichung von The Ruthless Divine benötigen und Pure Steel Records ist ein sehr bekanntes und angesehenes. Deswegen freuen wir uns, Nivian mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das war es auch schon wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da, schreibt was in die Kommentare oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.